Willkommen zurück zu einem neuen Part von Kaisersmaragd. Ich dachte, ich hätte den Arenaorten endlich bei mir, aber nein. Das andere war nur vorgeplänkelt. Und jetzt kommen wir zum richtigen Arenaleiter. Gut, dann schauen wir mal, ob ich den hinkriege irgendwie. Schauen wir mal, ob ich das besser kann. Das letzte Mal war ja wieder mit sehr viel Glück verbunden. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, genau, das haben wir ja gesehen. Bis hier spule ich schnell. So, jetzt wird nicht mehr gespult. Jetzt gucken wir uns das mal an. Also Juan, Moment, was hat der denn Schönes? Ein Kingdra und ein Labras. So, und die sind natürlich, okay. Die sind natürlich beide schneller als ich. Wie könnte es auch anders sein? Ich wäre dafür, wir konzentrieren uns auf den, der am meisten nervt. Und das ist Kingdra. Intimidate nützt mir nur leider nicht viel. So, komm. Okay, wir haben... Da... Megahorn. Macht der auch ein bisschen Schaden. Der macht am meisten Probleme, den würde ich gerne weghauen. Aua. Megahorn. Hohohohohohohohoho. Na, knall mir meinen Slime-Ock weg. Gut, den ersten hätten wir dauernd. Sehr schön. Gut, was kommt als zweites? Oh. Der nervt. Gut, Castor-Form ist schneller als alle zusammen. Das wissen wir ja. Bin ich? Aha. Oh, ja. Bringt mir noch nicht. Äh. So. Okay, wir haben, würde ich mal sagen, Double Edge auf dich. Gangshot auf dich. Hohohohoho. Batsch. Aua. Gut, ich bin fast der Schnellste von allen. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut. Wer da wohl. Was hat der Schleimbeizen euch gemacht, dass ihr ihn so nicht ausstehen könnt? Ja, ich kann nicht viel mehr anderes als ihn spielen. Das Problem ist nur, dass ich seine stärkste Attacke nicht einsetzen kann. Ja, super. Okay, du gehst mal weg. Ja, weg. Aha, ja. Dumm. Aber ich kann halt kein Earthquake einsetzen, wegen Rudi. Batsch. Tod. Sehr schön. Dieser Kampf läuft nicht gut für mich. Kann ich schon mal sagen. Oh. Gut, Rudi dürfte das nicht überleben. Genau. Gut. Okay. Dann kann ich ja trotzdem getrost jetzt Earthquake einsetzen. Rain continues to fall. Dich und Earthquake. Gut. Sky doesn't affected. Du gehst hoffentlich weg. Dich mag keiner. Für der Fisch. So, der Schiff ist tot. Hau. Wenn jetzt Sky schneller ist, dann haben wir einen kleineren Vorteil. Oh, nicht du. Sehr schön. Komm, hau es weg. Gebt mir alle Pokémon, der blöde Lappen. Gut. Okay. Nein. Da hat er immer noch eins. Och, nee. Oh, okay. Das geht. Das geht. Drillpack auf dich. Extrem Speed auf dich. Wuhu. Zack, zack, zack. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Das Vieh hat nämlich echt fiese... Ja. Und tschüss. Oh, Level 90. Ja. Keine Chance. Gut. Wir speichern kurz mal schnell. Ja, was wissen wir da machen. Ich kriege ja schon das erste, das erste Team von dem nicht weg. Richtig. Aber ich hasse einfach dieses blöde Kingdra. Ich habe nichts gegen den, was... Ich habe ein Spielart mit zwei weniger. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Das ist das Problem. Okay. Wir probieren es nochmal. Es geht ja, es geht ja nicht so... Also, ich verliere nicht so hoch. Ich verliere meistens wegen einem Pokémon. Ja, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Gleich beim zweiten Mal. Manchmal hat es auch noch ein bisschen mit Glück zu tun. Manchmal, äh, muss man auch ein bisschen Glück haben, dass gewisse Attacken plötzlich daneben gehen, die sonst nie daneben gehen. So. Genau. Und dieses Mal weiß ich, was ich machen werde. Wir konzentrieren uns beide auf... Äh. Beide auf ihn. Ich gehe mal zuerst den weghauen, weil der ist schneller, ist das alle. Was? Ich habe doch Doppel... Ach, ne. Ja. Oh, man. Ich bin so dumm. Das... Ach. Nervt mich. Ich habe das Falsche. Ich wollte doch... Ach, kacke. Eigentlich brauche ich das gar nicht mehr spielen. Ja, komm. Nimm mich weg. Das ist so nervig, ey. Ja. Ne, das müssen wir nochmal machen. Ihr habt dumm gespielt. Ja, 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 ja. Ja, kill mich. Das ist kein Wert. Ich habe dumm. Ich habe dumm gespielt. Ach, es nervt. Ich hasse es, wenn ich dumm mich hier so dumme Sachen mache. So, kill mich. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, das ist dumm. Es ist einfach nur dumm. Dumm, dumm, dumm. So, ich pull das schnell. Es tut mir leid. So. Jetzt aber. Jetzt wirklich beim nächsten Mal wirklich konzentrieren und nicht wieder... Weil wenn man... Es ist wieder so dumm. Es ist einfach nur blöd gewesen. Das falsche ausgewählt. So, dieses Mal konzentriert an die Sache rangehen. Sonst wird das nichts hier. Ohne Konzentration kann man das nicht machen. So. Sehr schön. So, und jetzt bis hier spule ich wieder. So, und jetzt hier. So, und jetzt... Gut durchlesen. Ja. Wir wollen Double Edge auf dich. Gangshot auf dich. So, er schießt auf ihn. Genau. Er verliert fast die Hälfte seines Lebens, der arme Kerl. Rudi ist der schnellere Bunch. Boom. Er ist fast tot. Recoil. Hydro-Pumpe. Rudi, können wir uns, glaube ich, verabschieden? Nee, doch nicht. Das müsste... Oh, na, Türen! Ich hasse es. Warum macht er das immer? Dumm. Ja, nee, das kann ich wieder vergessen. Komm, man kann wieder dumm spielen. Da brauche ich mich gar nicht. Eigentlich müsste ich ein Save-State machen, weil das hat so kein Wert. Komm, nimm mich raus. Das hat so kein Wert. Ach, komm, wisst ihr was? Ich mache diesen Kampf offscreen. Das hat so keinen Wert mehr. Ja, jedes Mal, tausendmal mir zuzuschauen, wie ich es spule. Ich werde mich dann wieder zurückmelden, wenn ich den Kampf geschafft habe. Und dann werden wir im nächsten Part weiterführen mit unserer Reise, weil so kriege ich das nicht hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin sage ich bis, bin draußen. Auf Wiedersehen.